Herzlich Willkommen zu meinem ersten Vlog auf YouTube. Gleich mal mit Colin am Start. Okay, das war jetzt die Begrüßung des Todes. Er rollte die ganze Zeit mit diesem Missgebotenstuhl durch die Gegend. Wir werden gleich PS3 spielen. RPG 3 hab ich leider nicht, aber Black Ops 2 ist natürlich auch am Start. Vielleicht wird sich Chris hier eine Nuklear entwickeln, erschaffen. Nein. Colin glaubt natürlich wieder nicht an mich. War ja wieder klar. Juckt mich aber auch nicht. Also gut, wir sehen uns dann, wenn ich anfange. So Leute, wir sind jetzt gerade beim Black Ops 2 zocken. Wir suchen allein Lobby. Ich und Colin. Colin und ich. Und Colin muss sich unbedingt ein Video zeigen. Also das hab ich jetzt aufgenommen, das ist auf meinem Kanal. Der eine umgespielt hat eine grüne. Monte hat eine blaue oder so. Ich hatte eine rosa. Als ob ich so ein scheiß Wirtchen wäre. Bei diesem Video seht ihr natürlich, wie Colin ausrastet. Und einfach aus dieser Wut einfach sein gutes HSV-Poster, Plakat oder ein Foto einfach kaputt macht. Ich mein, Tiz hat schon mit dem Dartstack gegeben. Ja, deswegen war es mir irgendwie ganz schlimm. Das ist ja nicht schlimm, ne. Aber. Ja. Wir sehen uns gleich. Ja. So Leute. Nochmal ein Vlog. Ich hab das eben gerade versaut. Aber. Ja. Ihr kennt mich ja gerade so. Ja. Wir hatten eigentlich gerade die Idee zu Kompi zu gehen. Pimmeln. Pimmeln. So wie Colin ist jetzt angeweilt. Der übrigens auch noch da hinten sitzt. Ja. Und. Und. Ja. Aber es hat sich gerade herausgestellt, dass es doch nicht geht. Aber Kompi hat seine 100 Abonnenten erreicht. 100 Abonnenten. Ja. Natürlich auch. Ein. Wie auch immer man das nennen soll. Ja. Wie sagt man das? Was? Das ist gut, dass er seine 100 Abonnenten erreicht hat. Ich freu mich zu ihm. Natürlich vom ganzen Herzen. Äh. Von ihm so. Ich meine. Er hat jetzt schon viel für Youtube ausgegeben. So. Kamera. Legia. Und so. Ja. Und in der Beschreibung verlinkt. Und so. Und ja. Natürlich. Das Video kommt natürlich auch heute online. Oder morgen. Je nachdem. Was mein Internet so macht. Und ja. Haut da rein. Jo Leute. Ich bin wieder da. Ich meine. Ich war heute den ganzen Tag mein Zimmer. Jetzt bin ich auf dem Weg in mein Zimmer. Ja. Ich rocke gerade in mein Zimmer. Falls euch nicht aufgefallen ist. So. Jetzt wirds kurz dunkel. Aber. Licht regelt natürlich. Ja. Eigentlich sieht man mich in diesem Vlog nur in meinem Zimmer. Und hier will ich natürlich Colin. Also. Ne he he he. Genau da. Und. Ja. Natürlich werde ich Colin verlinken. Ich meine. Er hat auch schon 86 Abonnenten. Vielleicht könnt ihr ihm ja ein bisschen helfen. Damit er auf die 100 kommt. Und. Gucken. Wir haben es jetzt schon 16 Uhr. Oder fast halb 5. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Und. Dann. Sehen wir uns vielleicht nochmal später. Wenn Colin weg ist. Oder wenn Colin noch hier ist. Das sehen wir dann. Bös. Danke. Ja. Jooo. Kamera fix. Kommt. Da ist Licht. Darf ich. Licht. Kann ein Licht wegfassen. Und. Wir haben es jetzt schon. Mittlerweile. 5 Uhr. Die. Gammeln. Immer noch rum. Und. Ja. Keine Ahnung. Gucken wir mal was heute noch so geht. Gleich mal vielleicht was essen. Oder so. Ja. Guckt es gerade einen Livestream an. Vor allem. Alles klar. Ist ein Livestream. Einfach guckt. Zieht er sich bei mir rein. Ja. Ich habe da erstmal was zu essen. Und. Ja. Ja. Gehen wir erstmal. Gucken. Aber was der Tag noch zu bringen. Ich meine es ist gerade noch um Uhr eigentlich. Gucken. Juuu. Leute. Ja. Der Tag war heute eigentlich nicht so wirklich spannend. Colin sitzt hier auch noch. Und. Ja. Was haben wir den ganzen Tag gemacht? Wir haben dann jetzt zuhause gechillt. Wir haben dann jetzt zuhause gechillt. Wir. Meinst du das unnachlich? Pfff. Wir haben den ganzen Tag noch rumgegammelt. Wir haben gechillt. Wir gammeln immer noch rum. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder. Zocken. Das ist die PS3. PS4. Swaaack. Alles klar. Tut mir leid. Tut mir leid. Und. Dann. Sehen wir uns beim nächsten Vlog. Ciao.